so seht es mir nach erst herzlich willkommen zu dem video ich muss ein kleines vorwort haben weil ich bei eigentlich jetzt in reaction to video habe aber bei der aufnahme ist mir ein faux pas passiert und zwar ich habe leider dass den sound über mein mikrofon quasi noch mal als kleinen echo reingekriegt ich habe jetzt soweit im post in der post production hat geguckt ja wie kann ich da wie kriege ich das da weg und so weiter es ist mir es ist ein bisschen es ist gelungen mehr oder weniger es ist immer noch ein halter also ihr werdet auf jeden fall unterschied zu seinem video selbst zu seinem originalvideo sehen ich habe es versucht zu reduzieren aber man so ein reaction to video lebt ja davon dass man die aktion direkt live sieht und das kriege ich nicht noch mal hin dass diese überraschung dieses lachen oder dass das schafft man einfach nicht und deswegen verzeiht mir das und wünscht wünsche euch jetzt viel spaß mit dem video so jetzt willkommen ich habe bisher noch nie ein reaction to video gemacht oder reaktion zu aber als das video gesehen habe ich mir gedacht ach du alarm ich habe es noch nicht gesehen ich war erst am anfang und ich habe mir gedacht da muss auf jeden fall ein video recht zu machen und deswegen schauen wir uns das jetzt mal gemeinsam an und ich werde mal aus elektronischer sicht mal so ein bisschen zwischengrätschen ich habe keine ahnung der pc gerettet werden konnte oder nicht also wie gesagt wir schauen uns das gemeinsam an und ja vorher frei hallo zusammen herzlich willkommen zu einem weiteren video heute aus der waschbox ja ich hoffe das geht akustisch weil neben uns werden ja auch autos gewaschen denn wir haben hier einen wunderschönen pc der war mir wunderschön denn matthias aus arweiler hat mich kontaktiert arweiler wird vielen von euch wahrscheinlich etwas sagen mittlerweile arweiler ist das gebiet das von der flut mit den krassen hochwassern im westen von deutschland betroffen war und er hat mich eben über instagram kontaktiert und mich gebeten ob ich ihm irgendwie noch helfen kann also er hat mir dann ein video von seinem pc geschickt vielleicht kann man das hier mal kurz einblenden ja auf jeden fall ihr habt gesehen das war schon sehr sehr krass aus und da muss ich mal dazu sagen wenn man so ein pc hat 8 oder mal ich persönlich ja hätte gesagt ja schmeißen weg auf der anderen seite wenn man den pc vielleicht einfach direkt sofort einpackt und dann die feuchtigkeit drin ist also dass dieser schlamm nicht eintrocknet das darf irgendwie gar nicht passieren dann lässt sich vielleicht noch was retten aber das dauert lange also es dauert bestimmt wochen dieses diesen pc einfach wieder flott zu kriegen da muss man schon weil das ganze wenn man das ganze abwäsche das muss man dann trocknen lassen es darf keine feuchtigkeit mehr drin sein man muss sämtliche lüfter durchtauschen man hat also das ist kein kleines unterfangen das ist und ich habe natürlich keinen bock mich irgendwie an dieser ganzen situation zu bereichern also das ist absolut nicht meine intention aber wenn ich jemandem helfen kann dann mache ich das natürlich absolut gerne und ja alle einnahmen von diesem video gehen an apex nürburg das sagt vielleicht einigen von euch was wir haben für mischa von apex haben wir schon mal einen pc gebaut und die supporten gerade die ganze gegend da rund um arweiler extrem also in dem ahrtal und ja wir versuchen jetzt mal was wir bei diesem pc noch hätten können deswegen sind wir auch in einer waschbox weil so wie der pc aussah kann ich das nicht einfach in meiner wohnung keine ahnung waschen irgendwie ich bin keine ahnung wir werden sehen was wir daraus machen können deswegen jetzt erst mal versuchen deswegen ein bisschen sauber zu bekommen so wir machen jetzt erstmal hier auf ich habe matthias gebeten das ganze so gut wie möglich zu verpacken weil das war ja auch sehr nass und ich hatte natürlich keine lust dass es unterwegs sondern irgendwie schaden anrichtet oder sonst was okay ich versuche das mal raus zu bekommen das sieht auf jeden fall schon mal sehr vielversprechend angezogen weil ich jetzt schon gemerkt habe dass es teilweise ein bisschen feucht wird und ich natürlich nicht weiß was alles mit drin steckt ja das sieht schon mal jetzt wissen warum ich das in meiner wohnung nicht ausgepackt habe ja es kommt so ein bisschen nicht der beste geruch entgegen mal schauen wie es den komplett ausgepackt aussieht so also ich habe schon echt viel gesehen aber so was wünscht man wirklich keinem aber ich muss echt sagen kompliment an matthias für verpacken ich habe schon pcs gesehen die waren im perfekten zustand und da hat sich keiner darum gekümmert die gut zu verpacken obwohl ihr verpacken ehrlich gesagt auch der tod des ganzen pc sein könnte weil wir haben ja immer noch die esd thematik also das heißt elektrostatik discharge und das plastik was sie da gerade zählt das ist definitiv ein killer für elektronik also das heißt dass wenn ihr das da rein stopft und so weiter das himmelt euch elektronik weil er statische entladung stattfinden und das sind teilweise bis zu 30.000 volt die da einfach punktuell einfach mal auf dem chip wirken und dann grillt ihr euch einfach einzelne leiterbahnen unter einzelne chipteile und das ist wie ein blitzeinschlag dafür und so ein chip hat echt nur hart dünne leiterbahnen und bonds und so weiter und ihr knallt euch da einfach alles durch also jetzt kann man definitiv riechen dass das teil hier schon fast zwei wochen jetzt so sag mal vorsichthin vegetiert wenn man so ein bisschen komponenten betrachten wir haben auf jeden fall am vier plattform ich weiß nicht genau was für ein pc hat aber am vier plattform also x5 70 gehe ich mal davon aus wir haben eine 6900 xt das ist natürlich extrem schade hier sehen wir schon hat sich ein lüfterrad schon von der grafik hatte verabschiedet kasten wasser für die cpu gskill speicher ich habe gesehen das ist ein rm irgendwas netzteil von korsair ich konnte die nummer nicht mehr sehen aber auf jeden fall eigentlich sehr schönes system und auch nicht gerade günstig klar spülen mit hochdruck lanze oder und bei dem knopfdruck war mir klar da muss direction to video machen weil das geht gar nicht das gibt man kann ich hochdruck lanze das so mein erster gedanke ich meine alter wenn du da musst du weit weg gehen eigentlich von dem gerät und darf es nicht direkt rein halten weil du hast so kleine bauteile drauf und die reiste doch einfach von motherboard runter und das sind teilweise wirklich kleine bauteile wo man sagen könnte die günstig wie koks schniffen also dass das habe ich mir gedacht und da geht auch erst mal sehr sanft damit um das heißt er hat wirklich außen und so weiter ich mir gedacht okay erscheint zu wissen was er macht hier bleibt er noch ein bisschen fern aber auch das ganze wasser das geht gar nicht ich will natürlich nicht dass er komponenten beschädigt werden ich weiß nicht dass ich das hier so mache aber anderen weg ist mir das auch nicht eingefallen und das geht nicht alter und da habe ich mir gedacht der himmelt alles da drin allein schon diese maßnahme himmelt vieles eigentlich hilft nur zeit dabei wasser und zeit und hier haben wir den nächsten faux pas immer wenn er die lanze dann über einen lüfter bewegt bewegt sich der lüfter und damit grillst du eigentlich oder mit gibst du spannung aufs motherboard das wasser dazu was elektrochemische migration das ist eigentlich der tod also lüfter sollte man bei dem ding alle abklemmen bevor man überhaupt damit wasser angeht also alle was motoren sind die sich drehen können die muss man alle abklemmen weil sonst himmels zu den ganzen spaß ich hoffe wir können die ssd da mache ich mir echt weniger sorgen weil das ist ja da bewegt sich nichts da wäre eine hdd ist da viel kommt viel schlimmer weil die vielleicht unter wasser stand vielleicht eine temperatur hatte und wenn sie dann abkühlt können sie hat sie ein mikroklima in sich und dann können sie sich selbst das ganze wasser in sich rein saugen und dann ist die fest bei der mann auf ihren arsch das ist das war es durch ende das war so die höchste priorität wegen den daten das tut schon weh beim zugucken so der pc ist soweit erstmal oberflächlich sauber es geht es eigentlich nur darum die haupt komponenten auszubauen das heißt und auch seine handschuhe sind nicht ist das bedeutet okay er ist in der waschstraße er ist eigentlich geerdet hatten feuchten boden das heißt er hat eigentlich keine ladung aber wenn ihr das zuhause macht bitte nicht auf dem teppich irgendwo hin schlürfen und dann irgendwie im pc rumschrauben ihr habt ihr kennt das bestimmt wenn ihr im bad seit und mal ein pullover auszieht dieses knistern was wenn ihr den über den kopf zieht dieses knistern das ist diese elektrostatische entladung und das sind allein schon wenn ihr den pullover aussieht so 10 bis 30.000 wollt ihr da einfach mal entladet das tut eurem körper nicht weh aber der elektronik tut es weh und das ist immer so der punkt wir bauen das mainboard aus grafikkarte cpu arbeitsspeicher als hauptwandel und jetzt ist der rest wandert in die tonne und das versuchen wir zu behalten das war mal eine 6900 xt um die kümmern wir uns später und hoffentlich sind da noch alle bauteile drauf das werden wir gleich nochmal extra sauber machen müssen aber ihr kennt ja die videos von mir ich gehe davon aus dass der großteil hiervon noch lebt hoffe ich zumindest je nachdem was das netzteil gemacht hat als die flut kam werden sehen oder du mit deinem strahler weil du hast ja die lüfter alle bewegt und ordentlich saft drauf gegeben die ssd ausbauen ihr solltet übrigens die blicke sehen wenn man in so einer box ist und leute um einen rumstehen und man hier sitzt und wäschen pc vor allem mit dem hofdruck blicke sind einzigartig so der pc ist soweit jetzt erstmal sauber den werfen wir eh weg das heißt er muss nur so sauber sein dass mein ganzes auto nicht einsaut und jetzt machen wir oberflächlich noch einmal die komponenten so ein bisschen sauber also ich habe auch noch eine hdd gefunden die im pc war ich will so den gröbsten direkt noch mal abspülen kurz und dann nehmen wir das ganze mit und ab dem moment war mir klar hier ist reaction to video machen also bis dahin hat es geschaut was der hier mit dem lüftern macht absolute overkill absolute overkill also ich bin elektroniker aber ich betreue auch maschinen und so weiter und wir haben auch axsysteme die auch wenn wir die quasi warten dann werden die manuell bewegt das heißt die maschinen gehen sind quasi in einer art not aus und dann kann man die maschinen bewegen fetten und so weiter und dann heißt es immer macht das gelangsam und sagte weil die motoren ansteuerung wird gehimmelt wenn du da anfängst und ruckartig irgendwas macht und er hält voll die grafikkarten lüfter da rein und da geht mit einem hochdruckreiniger dran die dinger gehen ab wie natürlich bine und die werden die generieren alle strom und das himmelt dir die grafikkarte komplett durch also dass das das hat mir richtig weh getan also richtig richtig weh die lüfter festhalten wenn ihr sowas macht das darf sich nicht bewegen also spannung ist jetzt schlecht jetzt so brauchen wir generiert grad anders funktionieren die stromversorgungsanlagen in kraftwerken auch nicht die werden auch alle gedreht und dann generieren die alle strom und ja und er macht gerade als aus meinen augen ist das alles kaputt aber ich weiß es natürlich nicht ja und auch so bitte also die lüfter bitte 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 festhalten noch hier ja es kann gut gehen aber so ganz kleine bauteile die haben nicht so die größten lötanschlüsse und wenn ihr die dadurch wegblast ihr merkt das gar nicht das ist schon wirst case ja sowas ist dann eher unproblematisch außer es sind irgendwelche aufgeklebten ich sag mal wärmeleit sachen wo ihr noch irgendwelche sachen habt dann würde ich die auf jeden fall auch durchtauschen das ist dann es ist nicht teuer aber auch für den privaten ist das jetzt nicht unbedingt so günstig weil man ja ja muss man schauen wo die wärmeleit pads hergibt es gibt eine menge firmen die das so verkaufen alles ist es muss man alles händisch machen also es gibt ja okay dann laden wir den mal aus dass wir haben gerade für transporten so eine gehäuseverpackung eingewickelt die aber löcher hat und deswegen tropft es so ein bisschen packen wir jetzt mal in die box rein für die entsorgung vom pc sind jetzt gerade noch zu kasten gefahren und übernehmen das ist also vielen dank an kasing an dieser stelle aber das gehäuse warum hätte schmeißt das gehäuse weg verstehe ich nicht gerade das gehäuse ist eigentlich das unkritischste an dem ding ich meine das sind nur kabel ist ein bisschen blech da ist nichts gerostet oder so dann schmeißt man die lüfter raus guckt sich die kabel sachen an warum ist das nur das case wegwerfen sind ja meistens auch nicht unbedingt so günstig wir sind jetzt wieder bei mir zu hause und wir werden jetzt erstmal die wichtigsten teile auseinander bauen also aus meiner sicht ja ich wollte eigentlich das gehäuse hier wegräumen weil ich gestern abend das 7000d video für korsair gemacht aber schick hat gesagt nö ist jetzt mein schlafplatz ich chill jetzt hier oben dann dachte ich mir okay alles klar dann chillt schick da oben wenn es eben ist ja nicht so wild auf jeden fall wir bauen jetzt erstmal kurz die ssds auseinander die ssds raus also da sind eben zwei ssds drin soweit ich das gesehen habe in dem mainboard und versuchen die zu trocknen weil da müsste ja auch noch ich weiß nicht was reingelaufen ist das werden wir gleich sehen aber normalerweise bei solchen sachen wenn man die ordentlich trocknet sauber macht und so weiter dann lässt sich da hoffentlich was retten wir sind doch was eingeschlafen und runtergefallen also noch mal ordentlich hinlegen alles klar den ganzen umbau alles was wir jetzt machen werden machen wir natürlich mit unserem guten iFixit werkzeug wir haben hier wieder das moray set ist auch sehr sehr günstig link findet ihr auf jeden fall in der beschreibung und da auch bei diesem kleinen set ist auch schon alles dabei was man so braucht wenn man so ein pc jetzt auseinanderbaut oder retten möchte wie zum beispiel bei der ssds da haben wir eben an das seite extrem kleine kreuz schlitze die wir finden müssen oder dann wenn wir eben so ein cpu kühler abbauen da brauchen wir große mein tipp kauft was ihr braucht der macht ja schon länger werbung für dieses set so wie mir bekannt ich habe nicht so viele videos von ihm gesehen weil er eigentlich meine so ein bisschen zerstört hatte hatte ich ihn eigentlich dann so verbannt aber jetzt ist mit dem video das ist halt so haben wir hier alles dabei sehr sehr günstig sehr sehr gut kann ich nur empfehlen ein fix ist vielen dank dass ihr partner dieses videos seid weil eure einnahmen fließen auch an die flutopfer deswegen vielen dank an der stelle übrigens noch mal danke an alle anderen die das supportet haben falls ihr auch supporten wollt ich frage euch mal ach so wer jetzt mit der bubble nix anfangen kann das ist die social media bubble die quasi jeder jeder kanal oder das gesagt youtube um euch herum bastert das heißt je öfter ihr irgendwelche videos seht umso mehr kriegt ihr von irgendwelchen sachen angeboten das ist halt die blase in der ihr dann lebt die sogenannte social media blase das heißt wer gerne bestimmte videos schaut kriegt hat immer mehr davon angeboten das heißt halt bubble versauen heißt halt geschickt jemanden fremde videos wo und du schaust dir interessant an und dann noch das nächste weil du ja gerade das geschaut hast und dann versaust du dir deine eigene bubble also eine eigene blase wirklichkeitsblase in der du dich dann quasi bewegst und deswegen einfach das von apex nürnberg unten rein weil die machen einfach direkt sofort hilfe vor ort die haben da eine crew teilweise von 100 150 leuten also privatpersonen die einfach sich dort treffen und dann den betroffenen vor ort helfen ist einfach mega mega cool und ja da kann man wenn man jetzt eben wie wir weit weg davon sind die nicht direkt helfen können wir können finanziell helfen und denen zumindest mal ein bisschen supplies zur verfügung stellen weil die ja machen da ihre freizeit oder ihre arbeit wo sie normalerweise geld verdienen würden verbringen die damen helfen leuten da habe ich extrem respekt vor und ja vielen dank an alle leute die da helfen das ist extrem cool und korsair und asus haben auch direkt gesagt klar wir supporten das hier asus schickt uns neues mainboard für dieses system das heißt wir werden auf jeden fall die cpu retten und natürlich die ssds korsair schickt die ganzen neuen parts wir haben ja das ach ja genau das system steht ja schon hier praktischerweise werden das dann alles in das 7000 d verbauen da haben wir schon richtig schön viel platz und mal schauen dass wir das alles reinkriegen korsair hat neues netzteil zur verfügung gestellt neue wasser glückungskomponenten das schauen wir uns gleich an das bauen wir erst mal kurz die ssds auseinander ja da haben wir doch direkt das perfekte beispiel ich dachte es wäre kreuz aber das ist tatsächlich toll ist kein problem einfach das regelt und alles dabei was wir brauchen auch wenn ich euch jetzt persönlich nicht direkt empfehlen würde eure ssd aufzuschrauben im normalfall braucht man das ja nicht und würde dann die garantie verlieren aber in dem fall das ist wichtig dass wir es mal schnell aufmachen können ja also selbst da eine ssd was ja ich sage mal einigermaßen geschlossenes gehäuse ist natürlich ist nicht irgendwie abgedichtet oder sowas selbst hier seht ihr überall ist der schlamm drin dann machen wir weiter mit der crucial mx500 ssd 1 terabyte gleiches bild machen wir jetzt mit dem mainboard weiter cpu kümmern uns später drum wir machen jetzt erstmal die ssds wenn ich das richtig sehe hat er auch hier zwei m2 ssds verbaut also die sieht bisher am besten aus noch eine western digital blue ein terabyte sieht ein bisschen gebogen aus aber das kann auch einfach mit der zeit so kommen das ist auch meistens nicht so wild aber sieht noch ganz brauchbar aus das wäre jetzt aus elektronikersicht auch mal so die meine favoriete favorisierte version gewesen wie man das sauber macht indem man einfach das unterfließendes wasser hält noch nicht mit dem kirche drüber geht aber na gut die garantie geht somit leider erstmal flöten aber auch dieses abziehen dieser pads erzeugt auch kleine spannungen die man sogar wenn man es ganz dunkel macht also wirklich im finsteren sitzt dann kann man diese kleinen blitze sogar sehen das heißt wenn dann diese kleinen polymerstränge quasi abreißen dann entsteht oft auch ein kleiner blitz und das ist auch nur elektrische energie und die ballast du komplett durch die platine eigentlich die chips und das ist gerade bei solchen dingen immer ein bisschen naja ich sag mal so mit vorsicht zu genießen das wasser per se macht jetzt erstmal wenig was eigentlich jetzt hier passiert erwischt alles aber wir haben auch eine menge bga chips drauf als balkrit arrays sind halt chips die haben unten drunter bälle die sind in einem gitter angeordnet also stelle einfach vor 16 x 16 bälle und dort einem chip und die sind auf die platine gelötet und da sammelt sich jetzt auch das wasser und wenn ja das kriegt muss man dann trocknen lassen also wirklich lange trocknen lassen das heißt es muss raus verdunsten dass man kann es raus blasen vielleicht nur mit druckluft aber druckluft ist wieder so ein problem da sollte man ja ionisierte luft nehmen weil die luft nämlich selbst auch ladungsträger hat und man da auch wieder irgendwelche sachen himmeln kann also das ist nicht unbedingt jetzt zu empfehlen was da jetzt gemacht wird ich weiß nicht wie es weitergeht aber schauen wir uns mal weiter unser reinigungsprozess ist ansonsten jetzt sehr ähnlich zu der verbrannten grafikkarte die wir vor kurzem hatten okay bei der wissen digital muss ich den sticker zum glück nicht abziehen da sind keine komponenten darunter wir werden jetzt erstmal einmal mit wasser und spüli einfach nochmal die grundreinigung machen dann richtig trocknen und dann nochmal so mit waschbenzin einfach drüber um noch rückstände abzulösen dann wieder trocknen und dann sollte das eigentlich waschbenzin also ich würde ja isopropanol also isopropylalkohol wird es auch genannt würde ich ja eher bevorzugen als benzin sind immer noch ölige rückstände drin na gut passen der punkt hier mit spüli ist dass du nicht weißt was das spüli das sind ja intensiv und so weiter drin da nicht irgendwas himmelst was du eigentlich nicht himmeln wolltest also übertreibt es ein bisschen finde ich also ein isopropanol sollte eigentlich komplett ausreichen und das meine ich also nutzt einfach nur druckluft und diese druckluft ist statisch aufgeladen allein ja also normalerweise benutzt man ionisierte luft bei so was das ionisierte luft da sind die leitungsträger entzogen und das ist der bessere weg ganz ehrlich aber so ein ionisator weiß ich nicht ob man damit 200 euro auskommt und der bläst natürlich auch nur sanft also es ist nicht so dass man hier da druckluft reinigen mit ionisierte luft das habe ich kenne ich so jetzt persönlich nicht aber prinzipiell kriegt man so schnell am schnellsten die feuchtigkeit raus weil da sieht man sieht hier die bga chips man sieht die haben seitlich gar keine anschlüsse die sind anschlüsse sind alle unter dem bauteil und entweder lässt man die bauteile echt ewig stehen am besten im senkrechten und bloß keine spannung drauf geben nicht in geräte einbauen bis das dann trocken ist und ja gut das ist hier so der weg dem man nicht einschlagen sollte also wir sind soweit durch mit dem ssd reinigen haben das einfach nur einmal mit dem spiel gemacht ich glaube das mit dem waschbänzchen ist gar nicht notwendig also können wir uns das mal kurz anschauen eine sehr gute idee aber sieht soweit echt sehr sehr gut aus auch keine große korrosion irgendwo an den kontakten hier ein bisschen aber ist echt noch okay wird auf jeden fall so sein dass kontaktmäßig sollte das passen wir lassen das jetzt über nacht auf jeden fall trocknen das einzige wo ich mir echt unschlüssig bin ist die hdd die haben jetzt nicht aufgemacht natürlich weil wenn wir die aufmachen dann ist game over wir haben jetzt auch nicht weiter gereinigt weil ich das noch nicht weiß normalerweise vermute mal dass dieses loch ja auch so irgendwie druckausgleichs mäßig irgendwie ist und ich kann mir gut vorstellen dass dadurch die ganze super gezogen wurde ist wenn die gelaufen ist und warm im inneren war und abgekühlt ist dann hat die wasser gezogen ja dass wir da irgendwas machen dass wir da nur mehr schaden anrichten falls irgendjemand einen tipp hat wie wir mit der hdd umgehen sollen dann lasst uns das sehr sehr gerne wissen der tipp ist gibt es ein professionelles datenrettungslabor was machen die die schrauben die auf die nehmen jede einzelne platte raus und dann kopieren die die daten also die bauen wirklich alles auseinander die nehmen wirklich die platte auseinander nehmen die einzelnen datenscheiben und kopieren die eins zu eins auf eine andere platte das klingt jetzt erstmal blöd das kostet auch also ich habe da aber auch mal eine datenrettung gemacht zwar es ist schon eine lange zeit her ich hatte da CRC32 fehler auf der festplatte habe nicht reagiert und meine ganzen software entwicklungsprojekte waren da drauf und die fest war da war komplett wichtig dann ist sie komplett abgeraucht und es ging gar nichts mehr dann habe ich ihnen labor gegeben und das labor hat für die festplatte mal locker 500 euro bei 1 veranschlagt um eine 2 gigabyte festplatte zu retten und das war schon das war schon eine menge menge geld aber ich habe es bezahlt und man nennt es lehrgeld aber festplatten sind echt krass ein tag weiter wie ihr sehen könnt die ssds sind wieder komplett montiert zusammengebaut wir haben jetzt nur die sata ssds dran zu den m2 ssds kommen wir gleich dafür werden wir das dimdor 2 verwenden bietet sich einfach an mal kurz die ssd zu wechseln da muss man nämlich nicht den ganzen kram hier abdeckungen wie bei anderen mainboards abbauen und es sieht schon mal sehr sehr gut aus das sind seine beiden ssds einmal ssd einmal spiele ich werde die ssds jetzt natürlich nicht öffnen weil ich seine daten ja auch respektiere und nicht irgendwo rum fühlen möchte ja dafür checken wir jetzt aber einfach mal mit crystal disk mark ob die performance passt ich mache es gerade mit dem d laufwerk einfach ein bisschen lese schreibtest einfach sich das würde ich jetzt davon würde ich jetzt erstmal abraten ich würde das ding nur sichern das heißt neue ssds die daten rüberschieben und das würde ich komplett lassen nicht dass es jetzt himmels weil es alles heiß wird warm wird und du hast irgendwas so übersehen und verpasst sequentiell das reicht schon wenn das beides funktioniert dann kann man sich eigentlich schon sicher sein dass die ssd nichts hat weil wir haben ja gesehen dass die problemlos erkannt wurde sieht ein bisschen komisch aus muss ich sagen 17 mb pro sekunde was ist da denn los vielleicht mal was noch mal genau das ist das problem er merkt gerade das stimmt was nicht mach read schreibt es auf eine neue ssd und die daten sind sicher aber wenn du jetzt den benchmark drüber jagst alter das ist doch ein worst case du hast gerade nein ok das muss ich mir noch mal anschauen also 15 mb pro sekunde write bei der platte sieht jetzt nicht so überragend aus aber dann checken wir einfach mal kurz die andere platte also ok die kingston ssd sieht gut aus problemlos aber dann muss ich mir jetzt noch mal die crucial ssd anschauen vielleicht finde ich da ja noch was raus ich habe jetzt noch ein bisschen mehr gecheckt hier und es ist tatsächlich die kingston ssd ist eine a400 mit 960 gigabyte und die scheint dieses problem zu haben ich bin mir nicht so ganz sicher ob das hier dann vielleicht ein auslese fehler ist kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen aber wenn ich jetzt mal ein ssd set und auch mit der kingston software checke sieht eigentlich alles gut aus was man hier so mal kurz überwachen kann hier übrigens das ist die ssd temperatur ist nicht wundern aber mit 32 grad sieht das auch alles top aus gibt kein firmware update also daran kann es auch nicht liegen wenn wir aber im arbeitsplatz checken dann sehen wir ja dass hier daten drauf sind und man könnte wahrscheinlich auch darauf zugreifen also verbuche ich das mal als wahrscheinlich zu 90 prozent ok und wahrscheinlich reichen um zumindest mal die daten runter zu ziehen lesen geht ja write wäre dann wahrscheinlich nicht so wichtig die seagate fire cuda ssd also die m2 ssd sieht sehr gut aus seht ihr lesen schreiben problemlos wurde auch problemlos erkannt auch hier denke ich dass bei den daten alles okay sein sollte und die western digital blue sieht auch sehr gut aus 1 terabyte ssd perfekt erkannt read write passt daten sind da also man hier ist sehr gute nachrichten ich habe die priorität natürlich erst mal auf deine daten gelegt weil alles andere können wir ja organisieren für dich das ist kein problem deine daten könnte ich für dich nicht organisieren aber es sieht alles sehr gut aus der einzige wo ich es noch nicht weiß ist eben bei der kleinen hdd hier da habe ich aber seagate mal angeschrieben mal schauen was die sagen und da warten wir jetzt noch auf eine antwort das gibt es dann alles im zweiten video denn ja ihr seht die grafikkarte da fehlt ein lüfter und auch generell das schauen wir uns aber im zweiten video an ist da schon richtig krass korrosion hinten passiert die aluminium backplate ist schon richtig aufgefallen das schauen wir uns alles im nächsten video an das heißt selbst wenn wir das perfekt gereinigt bekommen hätten bei der 6900 xt hätten wir den kühler niemals retten können und deswegen hat cause gesagt kein problem wir stellen noch einen kassenwasser kühlungsblock zur verfügung für die karte der muss auch erstmal ankommen deswegen warten wir bis jetzt alle teile da sind daten sind schon mal geklärt das ist sehr cool wir organisieren die restlichen komponenten für dich und dann bauen wir dir einen wunderschönen neuen pc und es gibt natürlich auch die möglichkeit für uns dass wir ein zweites video machen das heißt wir können noch mehr spendeneinnahmen generieren die dann apex zur verfügung gestellt werden morgen also von uns aus gesehen jetzt für euch nicht morgen wenn ihr das video seht ist es schon da kommt nochmal ein zweiter pc von eike falls du dieses video siehst ich bin gespannt wie dein pc aussieht und was wir für dich machen können bin aber guter dinge dass wir da einiges gerettet bekommen und halte euch auf jeden fall auf dem laufenden und werde euch updaten so schnell wir können mit videos zu diesem thema und da sind wir doch noch mal kurz zurück vor dem wochenende denn sie geht hat sich gerade noch gemeldet deswegen schiebt ihr das noch mal schnell ein sie geht vielen vielen dank für die schnelle rückmeldung die haben nämlich intern noch mal einen techniker gefragt der hat das vorgehen was wir bei den ssds schon gemacht haben quasi auch bestätigt wie man das reinigt und so weiter das haben wir schon gemacht sollte alles passen haben wir alles schon gecheckt bei der hdd meinte er aber es ist ein bisschen problematisch wie ich schon vermutet hatte konventionelle hdds die ja diese druckausgleichsöffnung haben das haben wir in dem video vor glaube ich zwei drei jahren haben wir das schon mal getestet wie so eine hdd sich verhält wenn man die in 3m noback reinpackt und da ist auch die flüssigkeit irgendwann reingeht reingelaufen und war die hdd dann futsch gleiches problem könnte hier der fall sein das heißt es könnte sein dass wasser da reingelaufen ist gerade wenn das länger der fall war meinte er ist es ein bisschen kritisch ansonsten sollen wir einfach probieren die platine mal zu säubern genauso wie wir es bei der ssd schon gemacht haben und einfach mal probieren was passiert gesetzt im fall dass die daten darauf nicht wichtig sind meinte er weil die chance relativ hoch ist dass wir die daten verlieren ich habe mit matthias gesprochen matthias meinte da ist nur ein backup drauf von anderen sachen von den ssds deswegen wäre das tatsächlich gar nicht so kritisch deswegen können wir das auch einfach probieren und wir versuchen jetzt mal schnell die hdd zu säubern vielleicht lebt die vielleicht aber auch nicht mehr also hier oben sehen wir dieses kleine loch das ist das breather hole das steht hier auch dran also das druckausgleichsloch gibt es bei konventionellen hdds und das könnte unser problem sein wir schrauben jetzt erstmal kurz die platine hinten ab und säubern die genauso wie die ssd gesäubert wurde und dann schauen wir mal ob das dinge funktioniert oder ob sowieso schon ich denke das ding ist schrott aber einer weise wenn man die festplatte man nimmt und am ohr schüttelt und dann plätschers rinden kann man es auch eigentlich aber gibt man dem video noch die chance sehen wir auch einige sind übrigens zu schmutz und elektronik schmutz hat die angewohnheit wieder feuchtigkeit anzuziehen und feuchtigkeit ist ein treiber von elektrochemischer migration ich könnte mal ein video dazu machen was das bedeutet elektrochemische migration im grunde ist es so dass durch dieses ganze gedreck da man so genanntes natrium äquivalente verschmutzung hat die wiederum feuchtigkeit anzieht und das bedeutet dass die platine eigentlich ja ich will sie sagen immer feucht ist aber halt feuchtigkeit leichter anzieht und feuchtigkeit zwischen zwei potenzialen führt dazu dass metallionen in dem fall wahrscheinlich kupfer und zinnen und so weiter dass sie dann von minus nach plus wandern und sich aber währenddessen immer auf der platine ablegen das heißt während die von minus nach plus wandern legen die sich immer auf die platine ab in der flüssigkeit halt und das passiert so lange bis ein kurzschluss entsteht und dann brennt dieser dendrit nennt man das nämlich der brennt dann durch das ist dann die funktion da gibt es kurzschluss und dann funktioniert auch alles wieder und dann wir gehen das wieder von vorne und es passiert so lange bis eine leiterbahn oder ein kontakt weggebrannt ist also weg ionisiert sich weg die migration halt so weit ist dass da nichts mehr ist was elektrisch leitfähig ist und dann ist das auch zu ende und damit ist auch das gerät kaputt und das ist sehr hofft oft ein ausfall bei consumer produkten die dann immer so geht geht nicht geht nicht geht geht nicht geht nicht geht nicht und dann irgendwann geht es gar nicht mehr und dann ist es halt wirklich geschichte hier ist ein stecker wir haben die kontakte zum motor wahrscheinlich ich reinige das mal eben und dann schauen wir was passiert ich glaube dass er hier waschbanzin verwendet das sieht schon besser aus zumindest mal die platine sieht ganz gut aus kontakte sehen ganz gut aus das einzige was wir halt überall haben aber das spiegelt sich den ganzen pc wieder über wo alu-teile sind es echt krasse korrosion ich baue es mal zusammen und dann schließen wir es an ich bin mir nicht so sicher ob dieses klacken gut war das klingt schon scheiße aber wort die hdd ist da da kommt durch ich auch nicht alle wort aber nur noch daten retten und dann sofort aber nicht weiterverwenden die thermische ausdehnung jetzt einfach wasser aus diesem loch raus das ist das druckausgleichsloch das heißt es ist definitiv wasser da reingelaufen die hdd läuft trotzdem ich werde jetzt schnell mal die daten sichern von dem teil bevor uns das ding jetzt endgültig weg stirbt sehr gute nachricht wir konnten alle daten von der seagate 2 terabyte hdd die war zum nicht voll aber nur 300 gb belegt alles auf diese mp6 also da sage ich mal gut ab sie geht ist ja auch bekannt oder sie geht oder sie geht nicht aber das finde ich übel also dann kann sein dass das druckausgleichsloch den ganzen dreck draußen gehalten hat und nur irgendwie aber es ist unglaublich ist das so das ist unglaublich 100 kopieren interessanterweise hat man auch gesehen wozu dieses druckausgleichsventil membran loch was auch immer gut ist denn es hat da einiges an wasser ausgedrückt einfach nur weil das teil natürlich warm wurde und dann war es irgendwann soweit dass dann sogar die luft rauskam also denke ich mal da ist ein kleiner kanal der war vielleicht ein bisschen gefüllt mit wasser und dann kam irgendwann die luft raus ich bin gespannt wir machen das haben wir schnell auf und wieder fixe zum einsatz weil wir haben wir nicht nur normale treuks sondern wir haben auch diesen komischen fünf zacken dings pentalobe oder wie es heißt der sauber oder saubere sache nicht schlecht finde ich also da bin ich jetzt erst mal sprachlos weil das hätte ich nicht vermutet absolut nicht dann hat er auch nur ganz wenig feuchtigkeit gezogen und das was quasi auf den platten waren wurde dann durch die zentren fukalkraft nach außen gedrückt nicht schlecht interessant die hat tatsächlich gar nichts innen drin komplett leer ja im ersten moment habe ich das gar nicht gesehen aber hier oben ist tatsächlich einiges an feuchtigkeit auf der platte oben drauf die hatte zwar noch funktioniert aber sobald jetzt irgendwie mal ein tropfen sobald sich das irgendwie gesammelt hätte und dann wären tropfen runtergekommen dann hätte sich die platte so oder so erledigt was man auch sieht ist das gute aus drei aus druck ausgleichs ventil was hier verbaut wurden ist und wahrscheinlich hier ist zwar feuchtigkeit kondensiert aber das meiste davon scheint wo hier drin hängt geblieben zu sein und als die platte warm wurde hat sich das dann halten aus verflüchtigt ob das allerdings dann auch verschwindet also was da hier so an kondensation noch ist das war kackig weiß ich nicht kommt drauf an also wenn sehr waagerecht montiert ist die platte dann tropft dass er nicht so schnell wenn sie aber senkrecht steht dann läuft das alles zusammen und bilden tropfen und dann himmelst du auch das weil sich das irgendwie gesammelt hätte und dann wären tropfen runtergekommen dann hätte sich die platte so oder so erledigt sehr sehr happy dass wir das retten konnten interessant wie viel das alles aushält da sehen wir es aber also hier ist das luftloch da sehen wir auch so ein bisschen rückstände ist wahrscheinlich wie so ein filter oder sowas also nichts rein kommt aber so konnte natürlich die feuchtigkeit nach innen gelangen zum glück kein schmutz und nur wasser das hat auf jeden fall die festplatte gerettet jetzt sind wir durch mit dem video ich bedanke mich fürs zuschauen wir sehen uns bald wieder seid gespannt wie es weiter geht also ich muss mal sagen geiles video er hätte aber vielleicht ich weiß nicht die grafikkarte macht er ja noch ein video beim mainboard selbst das mainboard hätte er vielleicht noch retten können ich weiß aber natürlich nicht wie ist der pc jetzt ist der pc im betrieb gewesen als das wasser kam da weiß man nicht so richtig was ist denn da jetzt passiert welche kurzschüsse sind passiert und so weiter vielleicht ist auch das haus vor dem pc ausgefallen aber das abgefallene lüfterrad von der grafikkarte könnte zeigen dass das ding voll im betrieb war und auch gelaufen ist und dann irgendwie irgendwas das laufen gestoppt hat aber das weiß man natürlich nicht ein geiles video wie gesagt ich mache noch keine reaction to videos und ich möchte es jetzt dabei belassen ich habe es jetzt als elektroniker gesehen und mir als herz geblutet als lüfter getreten sehen habe ja vielen dank fürs zuschauen